Die Pubertät ist der Beginn einer schwierigen Zeit für junge Frauen in Tansania. Der Einsatz der Periode ist schambehaftet und ein Tabuthema, über welches noch nicht mal im engsten Familienkreis vernünftig oder offen gesprochen werden kann. So ist es auch klar, dass die Hilfsmittel, die Hygieneartikel lokal begrenzt sind. So sind die lokalen Alternativen, irgendwelche Blätter von Bäumen und Sträuchern, erdreich bis hin zu Altpapier oder alten Tüchern, die keiner mehr brauchte. Dementsprechend gibt es viele Ausfallzeiten bei jungen Frauen in der Schule. Wir haben dieses Tabu gebrochen. Wir haben Betreuerinnen entsprechend geschult. Wir haben eine lokale Produktion von wiederverwendbaren Binden gestartet. Und wir haben ein weiteres Hindernis in der Ausbildung der jungen Frauen in Tansania überwunden.